Hallo, ich bin Nadine und im Konzeptwerk, da mache ich Bildungsarbeit rund um eine sozial-ökologische Transformation. In unserer Bildungsarbeit, da fragen wir uns, was müssen wir eigentlich lernen oder auch verlernen, damit unsere Gesellschaft solidarischer und ökologisch gerechter wird. Und welche Lernräume wir dafür brauchen, weil kritisch denken und sich engagieren lernt sich schlecht im Frontalunterricht. Teils bin ich dafür hier im Büro, zum Beispiel, wenn wir Bildungsmethoden entwickeln, Veranstaltungen vorbereiten, Artikel schreiben oder das Ganze drumherum organisieren. Und teils bin ich unterwegs mit Gruppen, wenn wir Seminare oder Workshops geben oder Fortbildungen geben für Lehrerinnen oder Menschen, die in der außerschulischen Bildungsarbeit aktiv sind. Wir schaffen Lernräume, in denen Zeit ist, in die Tiefe zu gehen und zu entdecken, wie es auch anders gehen kann. Das ist manchmal ganz schön komplex und allen raucht der Kopf. Aber die Welt ist ja auch komplex. Wir unterstützen Menschen darin, die Dinge an der Wurzel anzugehen, Machtverhältnisse zu hinterfragen und sich in die gesellschaftlichen Debatten einzubringen. Damit stellen wir den vermeintlich einfachen und ausgrenzenden Lösungen der Rechtspopulisten Alternativen entgegen, die das gute Leben für alle im Blick haben. Und manchmal ist unsere Arbeit auch ganz konkret und zum Anfassen. Zum Beispiel, wenn wir mit Gruppen bei einer solidarischen Landwirtschaft auf dem Acker mithelfen oder mit SchülerInnen und LehrerInnen einer Schule zusammen überlegen, wie deren Schule aussehen soll. Mach transformative Bildung zu deinem Projekt im Konzeptwerk.